gut ausgewickelt schweine fucker oder erst mal nicht tot ach so ich habe schon schacki ich hätte dir auch mehr geben können ich dachte er wäre schon tot Volcano Town, keine aktiven Volcanoes ach das sind alles Leichen hier ja von uns alter der hat mich one-hitted der hat mich one-hitted okay Feuer überall oh man ey warum hauen die so krass viel Feuer raus ja die hauen richtig raus au oh super Chucky oh das ist eine Gartenbohr dankeschön hier tötet ihr das Scheinzeug ja ich glaube ich lass das erstmal mit der Magie wie ich da wirklich ein bisschen höher geskillt habe aber momentan mache ich da glaube ich noch zu wenig Schaden mit boah hm du kriegst halt Schaden aus dem Distance ohne Gefahr zu laufen und getroffen zu werden ja das Problem ist die können halt auch Distance Angriffe machen ja das stimmt das ist wirklich scheiße also es ist nicht so dass die so weit aus der Entfernung ähm dass ich so weit weg bin dass ich da keinen Schaden bekomme ja mal guck mal der hat mich schon gut aufgeholt vom Level her ja es leben die die Levelkurven so Jim ha jetzt kommt wieder dieses fliegende hallo lebt hier noch einer ha 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 ah ne ne haben die Katze nicht getriggert hm eigentlich müssten wir jetzt wahrscheinlich hier die Katze mit dem Typen triggern ja hier dann die Skeletors auch ein Stück ja was ist das denn das stimmt man kann keine Instanzen verlassen bei Magic Legends ja doch kann man du kannst sie verlassen Wolfi ja dafür müssen wir wieder raus ja zurück zur Karte ja sorry du verlierst jeden gespeichert und ungespeicherten Fortschritt ähm du musst ESC oder F2 und dann gibt es da ähm Mission verlassen oder irgendwie sowas gibt es da hab ich doch schon längst nein nein ähm ich mein Wolfi aber es gibt ja eine Möglichkeit steht da irgendwie auf der rechten Seite ja gibt es denn eine Option geil hab ich doch jetzt mal ein anderes Level das hab ich schon geklappt ja hab ich schon geklappt nur so 5 Gold oder so na das muss man aufnehmen ja genau weil wir leveln ja ja Patty nicht nochmal Wovon ist eigentlich abhängig, welchen Zauber wir haben, welche Figur wir sind, ne? Ja. Deswegen hast du auch deine Edelsteine, weil du happy bist. Genau, und die Tränen. Ja. Aber der Effekt ist ja der gleiche sozusagen, das ist nur ein anderer optischer... Aber was ich immer noch nicht rausgefunden habe, ist wie ich diesen Segelzauber mache. Segelzauber? Dass da diese Leute ins Bild geflogen kommen. Ähm, ähm, Y. Also RT gedrückt halt und Y. Oben, das obere. Die obere Taste. Ja, das ist bei mir, das ist dieser Strahl bei mir. Bei mir ist es der harte Angriff. Geld, Geld. Ich dachte, ich hätte was Analoges zu deinem Befliege, habe ich aber nicht. Haha, Taki, Alter. Oh, aber dann haben wir auch ordentlich zurück auf die Fresse gekriegt. Da bin ich. Da. Fuck. Oh. Das waren zu viele. Wir waren zingelnd. Äh, gerade einfach ausgemacht. Mir wurde die Instanz als leicht angezeigt. Die war aber so kacke, dass ich mich die Kleidzauber aus einmal querlich mehr abge... Okay, krass. Was geht eigentlich? Müsst' wir mal angucken. Guck' mal morgen mal an. Vielleicht. Was geht? Man kann das raus. Ich hab das schon einmal gemacht. Bin schon einmal rausgegangen. Das ist so eine Instanz. Neue Combo. X, ich bin chill. Wie mache ich das jetzt? X ran. Wie mache ich das? X. Wie mache ich das? Was ist X? Was ist X? Linke Taste. Aha. Ich vergesse es jedes Mal. Das ist so schwierig. Was ist denn, wo hast du denn? Switch. Bestimmt, oder? Ja, da ist ja. Was? Du hast bestimmt eine Switch-Controller, oder? Nein, Playstation. Na ja. PS3-Controller habe ich. Und da ist X natürlich einfach X, nämlich unten, wie es normal ist. Wie es normal ist? Will ich nicht. Was? In Ruhe. Und beim Super Nintendo ist X oben. Ja. Und hier ist X links. Das ist noch viel verwirrend beim Super Nintendo, finde ich, weil die Tasten auch A, B, X, Y sind aber anders verlegt. Ja. Und vom Super Nintendo zur Playstation, das kriege ich noch hin, mich da umzugewöhnen. Hm. Ich kriege ihn nicht gehauen. Ich wollte gerade sagen, du lässt ihn da total auf ihm zuwählen. Das war nicht gewollt. Ich habe gehauen, aber er wollte nicht. Oh, ist auch okay. Ist auch okay. Ne, ich brauche schon ein bisschen, aber macht nichts. Ich bin voll mit Energie. Ja, aber ich nicht. Achso. Achso. Eingesicht aufzuhören. Ey, dieses scheiß Feuerkiescher. Ja. Ich bin so, wie ich da habe. Ich bin schwer tot. Ich bin nicht voll. Achso. Fuck you, lecker. Die nehme ich gerne. Ja, diese Feuerangriffe sind extrem hammerhart. Ja. Jaki brauchen am meisten. Hier. Eat it. Eat it. Hier, nimm den Christa Horst. Ah, scheiße. Ist ja egal. Da, den hast du bekommen. Jetzt kommt die Skelette, ne? Ja. Ja. Irgendwas ist gezeichnet. Komisch. Aber jetzt finden wir unser Zauber, glaub ich, gut spammen. Schon ausweichen? Ne, und weil die so viele auf dem Boden sind, den trifft das gleich viele Leute. Achso. Wir müssen halt nur dicht auf dicht stehen, dann wär das super. Ja, hier, guck. Vor allem nicht feuerresistent. Ach, sind diese Typen feuerresistent? Ja. Das würde Sinn machen, aber ist das wirklich so? Das ist ja doof. Aua! Wir haben nur vier Schaden bekommen von meinem Feuerball. Boah! 21 Schaden ist am Scheißfeilen und Boom. Das ist am Scheißfeilen und Boom. Scheißfeilen und Boom. Ich lösche ihn! Gut. Ja, finde ich auch gut, dass ich ihn gelöscht habe. Oh, schon wieder solche... Unibärts. Also ein Magieangriff macht bei mir mehr Schaden als ein normaler Schlag bei denen. Und macht da einen Magieangriff mehr. 21 gegen 14. Ich mach halt keinen Schaden in meinem Magieangriff. Ein harter Schlag macht 23. Ein harter Schlag macht bei mir 6. Oh nein. Ich hab's aus den Augen verloren. So viel Chaos. Was man sieht. Heiltränke sind ein Crutch. Also eine Krücke. Braucht man nicht. Geldverständung. Kannst du auch freuen, ne? Na ja. Solange irgendjemand durch den Kampf durchkommt. Ja. Man muss einfach lernen, das in einem richtigen Moment zu blocken. Ah, das ist ja so gut. Blocken ist glaube ich echt wichtig. Aber wenn ich getroffen werde, werde ich auch meistens von hinten getroffen. Ja, das stimmt auch, oder? Au. Au. Aber immer wenn du Feuer machst, denke ich, das sind die Bösen. Juggie ist auch ein Böse. Oh ja. Sehr gut. Cool. Mehr Feuer. Ja. Juggie, willst du mich hin? Oh mein Gott, sind das viele. Ja. Wir müssen sich einfach alle die ganze Zeit shugglen, ne? Kein Problem. Ja, wir müssen wirklich einfach links und rechts aber nicht. Wenn jemand in einer Gruppe sind und wir alle draufbauen, können die nichts tun. Oh Feuer. Äh, was? Endgegner. Oh Gott. Der Vulkan ist der Endgegner. Chaos. Aber wie kriegen wir den tot? Oh nein. Wieso nicht? Oh nein. Kann man den hauen? Ja, aber er kriegt keinen Schaden. Das ist das Problem. Oh. Ja. Das heißt, es muss irgendwie noch einen Trick geben. Oh! Das wird der Trick sein. Ja. Ja. Ich geh mal an. Brot. Hä? Ich mach auch keinen Schaden. Doch, ich mach Schaden. Ah ja. Brot sammeln und dann draufhauen. Nein. Nein. Dann müssen wir wirklich... Someone help. Du musst aber ein bisschen in den Hintergrund gehen, ne? Dann triffst du ihn nicht. Du hast noch zwei Brote. Also hau weiter. Ich muss nur aufpassen, weil ich gleich... Kann man... Rette mal Chucky. Ja. Oder hau auf. Oder wir hauen einfach drauf wie ein Beklopter. Ich rette mal Chucky. Kümmere du dich mal um die da. Aargh. Ich hab kein Brot. Hier, Jacky braucht das. Ja, nur dass ich noch da stand. Falling Rocks. Das ist das Ding, das wir brauchen. Was? Was willst du denn? Was mach ich jetzt mit meinem... Ah, was? Hat schon irgendjemand irgendwas rausgefunden? Nee. Nee. Ich hab aber das Gefühl, dass wir die Brote brauchen. Autsch. Aber das ändert irgendwie nichts. Dann müssen wir da mal das große Ding da oben, das Ding da oben tothauen. Ähm, der hat mich in den Boden gestoppt. Ja, ganze Wickeln, 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 Wickeln. Ja. Okay, was machen wir jetzt? Wollen wir schnell nachschauen, bevor wir alles normal machen müssen? Wir können ja nicht nachschauen. Oder vielleicht kann jemand online schnell mal nachgucken. Ja, Mann. Ich hab aber das Gefühl, dass wir irgendwie mit den... Ja, du triffst den. Oh, mit meinem Schaden. Muss auf den... Auf die Hand tauen. Okay. Das heißt... Ja. Mit Brot. Mit Brot. Oder? Ja. Ja. Machen wir ja Schaden dann. Oh, Mann. Ja, wo machen wir halt nicht ran an den... An den... An den... An den Flammenspaß. Okay, aber wenn man ein bisschen von ihm Abstand hält, dann kann er einem nicht treffen. Dann kommt oben nur die Rocks. Den muss man einmal ausweichen. Ich weiß nicht, wie man ihn ausweicht. Ja, die hüpfen halt immer so. Aber der macht eben auch keinen Schaden, wenn du nicht dran stehst. Ey, das können wir, glaube ich, eh noch mit dem Brot machen, oder? Ja. Scheint so, ja. Ach, fach. Ich hab ihn mal von dem Dings treffen lassen. Das ist vielleicht ja gesagt, was getan. Ja. Ich versuch mal, ein Medi-Mensch zu geben. Also Mengi hat geschrieben, die beste Methode ist, da zu stehen, wo man nicht getroffen wird von den fallenden Steinen. Und dann mit Fernkampfangriffen. Ja, aber... Also hier, wo wir jetzt stehen, wo ich jetzt gerade stehe, werde ich nicht getroffen. Aber warte mal. Ja. Geil. Und dann muss man irgendwie mit Fernkampfangriffen in den Augen hauen. Ja, aber der nimmt ja keinen Schaden, damit es... Oh. Oh, doch, da krieg ich Schaden. Okay. Ach, der Kopf? Ja, der nimmt Schaden. Wenn man in den Mond schießt. Ah. Oh. 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 Oder kann das denn jetzt passieren? Oh. Hier ist auch noch so ein Typ. Aua, der haut. Ich bin tot. Nein. Pass auf, du musst aufpassen, du musst uns wiederbeleben. Achtung, Stein. Danke. Achtung, Stein. Der Stein trifft sogar noch mal die Minions. Achtung, Stein. 9 mache ich mit meinem. Oh, Mann, der hat schon was getroffen. 19, das war gut. Achtung, Stein. Das ist der beste Endpuss überhaupt. Ernsthaft. Hat er eine Sockenpuppe eigentlich? Ja, das ist eine Sockenpuppe. Oh, the fuck. Hey, hey, Shade. Danke fürs Waden. Uns geht super, wir haben ganz viel Spaß. 800 Erfahrungspunkte. Nee, ist klar. Oh, Storytime. Wir haben ja Nikola bekommen. Nikola haben wir nicht bekommen. Er kommt aus der Hölle. Ein, äh, Öllenmann. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. So, Biba will gerne... X, 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 Y. Ja, ich werde Magier. Ich werde jetzt... Ich gehe jetzt full of Magic hier. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020